hallo ich bin martin ernst und ich erzähle euch jetzt was über song of my life das wohnzimmerkonzert echt aus unserem wohnzimmer mit etwa 100 geladenen gästen und ganz tollen künstlern die live auftreten eine unfassbare atmosphäre sowohl für die künstler wie auch für die gäste zum greifen nah ein echtes gänsehaut feeling und unvergessener abend für jeden der dabei ist schaut selber wie karl david paul karek linda du schon anigmaren und andere schon richtig toll bei uns im wohnzimmer musik gemacht haben entweder auf unserem youtube channel song of my live 2012 oder auf www.songofmylife.com und da gibt es auch die neuesten infos zu unserem live streaming wann es wieder mal stattfindet und ihr live dabei sein könnt übrigens alle künstler müssen zwei pflicht songs singen erstens den first song das ist so der erste wichtige song im leben des künstlers zum beispiel die erste single oder das musikalische erwachen oder der erste kuss und zweitens den best song was ist deiner meinung nach der beste song der jemals geschrieben wurde und die beiden songs müssten alle künstler auf ihre art in ihrem stil singen und spielen und den rest des konzerts gestalten sie dann wie sie mögen also schaut vorbei song of my life das wohnzimmer konzert